So, hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront Beta. So, ich nehme mir direkt erstmal hier so ein AT-ST. So, alles klar. So, naja, immerhin schon mal haben wir einen mitgenommen. Und am Ende hat mich dann ein Orbital Strike erwischt. So. Okay. Alles klar Also wir müssen unbedingt hier die Dinge abschalten, sonst geht hier gar nichts Ach, da oben steht einer Ach ja, das ist gut zu wissen Boah, Alter, das kotzt halt hart an Wir werden hart gereckt Ach ja Weißt du, ganz ehrlich Diese Waffe ist doch so kackiges So Ja Ist fucking klar, Alter 1-5 Ja Weißt du, wenn man die ganze Zeit von Nates gespawnt Camped wird, dann kann man halt nichts mehr machen Ach ja Stimmt, ich hab ja vergessen, dass das Spiel scheiße ist Boah, Alter, dieser Modus ist doch so zum kotzen Du kannst nichts machen Ja Klar Instant Das ist einfach ein Witz Wir sind so gespawntrapped Man kann nichts mehr machen Wir sind so schnell Weißt du, wir sind so schnell Das kotzt einen doch hart an, weißt du Wenn du die ganze Zeit gespawn-trapped wirst Ja, ist klar, 2-10 Boah, wir können unsere Walker Schon beim ersten jetzt vergessen direkt Range Komm, ich spiel die E-11 Mit der E-11 bin ich gut Zumindest besser Ja, das ist unsere Was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? So Jetzt geht es hier los Boah, die E-11 ist ja voll geil, Alter Ist viel besser als die ganzen anderen Scheißwaffen So Hier machen wir uns jetzt fest So, die Wings kommen jetzt Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier diese ganzen Statuen, dass wir das hier alles unter Kontrolle haben Damit sie Boah, Alter Okay Der ist weg Also die E-11 finde ich ist beste Waffe bis jetzt Das nächste Mal müssen wir viel, viel besser defenden Muss ich zerstören unbedingt Die macht sonst später noch Probleme Aber immerhin habe ich den Typen gekillt, der die ganze Zeit unseren Walker hier beschießt So Alles klar, jetzt müssen wir die Uplinks weiter defenden So Alles klar, next Uplinks Okay Okay, dieses Geschütz hier, das ist nicht mehr gefährlich Für die nächsten Sachen So Die hier ist unter Die hier ist auf jeden Fall besetzt Hier sind Ein paar Okay Hätte ich vielleicht einfach noch eine Nate reinwerfen sollen Tun Können Boah, Alter Das ist gar nicht mal so einfach So Die eine ist schon mal down Das ist sehr, sehr wichtig Ah Den haben wir ordentlich eingeschenkt Dem Flieger So Da vorne Müssen wir es hinbekommen So langsam Ach Fuck, dann steht da einer Ich habe gedacht, da ist es vielleicht ganz gut Ach Men No Aber egal Diesmal haben sie nicht so viele Wir müssen nur versuchen Jetzt so schnell wie möglich Die Ganzen Stellungen down zu bekommen Die unseren Walkern schaden könnten Na 616 ist jetzt auch nicht so gut Boah, aber ich kann nicht Ich muss Ich würde ganz gerne die Anderen Waffen spielen Als die Anfangswaffen Aber Ich kann mit denen aktuell nicht spielen Das ist das Problem Ja, da hast du keine Chance, Alter Da sind drei Leute direkt, die auf dich schießen Ey, du hast doch keine Schnitte in dem Spiel Kein bisschen So Kill Assist Und wo kriegt der denn überall Schaden Leute von hinten Leute von hinten Scheiße, ey Das wird nix Das wird nix, Leute Das wird nix wieder So, ATST incoming Copy, ATST responding Okay Okay Das ist offline So So Bam Ja, das war doch eine gute Runde mit unserem AT-ST. So. Das sieht ziemlich gut aus. Die haben nur drei von den Dingern. Aber ich muss mich beeilen. So, das hier ist wichtig, so ein Charge. Denn mit so einem Charge kann ich super... ...kann ich super jetzt gleich dann eine Stellung zerstören, die unsere Walker auf den Sack gehen wird. Oh, das war ein bisschen scheiße von ihm. So. Die eine Waffe, die habe ich schon mal ziemlich kaputt gemacht. Jawohl, genau zur richtigen Zeit kommt Darth Vader. Von wo kriegt der Walker Damage? Das schaffen sie nicht. Das schaffen sie nicht. Jawohl. Haben wir noch gewonnen. Okay, 13,20. Naja. Geht auch schlechter auf jeden Fall. Mit der E-11 bin ich im Moment echt ganz okay. Muss man sagen. Also, geht in Ordnung, finde ich. Combat. Ja. Objectives. Ja, habe ich jetzt nicht so viel bekommen, weil ich kein Objective... Aber immerhin 360 Credits. Ich weiß gar nicht, wie lange die Beta von Star Wars noch geht. Also, ich nehme jetzt gerade am Samstag auf. Ähm. Samstag der 10. müsste es sein, heute. Also, ich bleib mal kurz... Ich bleib mal gerade einfach bei der E-11. Weil damit bin ich gerade ganz gut. Hm. Oh. Oh. Oh.